Bonjour, je m'appelle Brigitte. Vor der Übung werden wir zunächst das Wichtigste zu diesem Thema wiederholen. Résumé. Man benutzt die direkte Rede, um eine Person direkt zu zitieren. On utilise le Disco direkt pour citer directement une Person. Man hat die Interpunktionszeichen, on a les signes de punctuation, les deux points, les guillemets, le point d'interrogation, le point d'exclamation, le point. Man hat die Verben der Aussage, on a les Verbes dennoch. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com